Hallo Leute, was geht ab? Hier ein neues Pressekit von Sony Playstation Schweiz, diesmal zu God of War für die PS4, nur für die PS4, erscheint am 20.04. Die 8. Auflage, es gab insgesamt 7 God of War Spiele, wenn ich mich nicht täusche, also das letzte war God of War 3, ist jetzt ein bisschen verwirrend, das letzte war God of War 3 im Jahr 2013, es gab aber mehrere Teile, also Spin-Offs, so Zwischenteile halt, und es waren insgesamt 7 davon, das ist somit die 8. Auflage von God of War, also das 8. God of War Spiel, 8. Ja, ich glaube 8. Es ist, es heißt nicht God of War 4 oder God of War 8, sondern es ist einfach nur God of War, ganz einfach, schlicht gehalten, und ich bin gespannt, ich werde es am Wochenende zocken jetzt, ich werde es ein bisschen anspielen, so ein paar Spielen, 6, 7, 8, und nächste Woche dürfte man es streamen, ich bin leider außer Haus, deswegen gibt es kein God of War Stream nächste Woche, ja, ich weiß, es ist echt bitter, und ihr werdet aber bei Poseidon1990 zum Beispiel, werdet ihr einen Livestream sehen, oder auch bei Sephirah Underline LX, bei meinen zwei Kollegen, die werden das streamen, da dürft ihr gerne reinschauen, wie gesagt, ich kann es nicht streamen, ich bin nicht da, ja, ihr habt aber gute Leute, die das auch streamen, es gibt genug gute Streamer da draußen, auf jeden Fall, wir schauen uns dann übernächste Woche, schauen wir uns das game kurz an, für meine Meinung dann, ich bin echt gespannt, die Wertungen sind ja abnormal gut, 9 von 10, 10 von 10, 100%, 99%, 98, 90%, es gibt ja extrem viel, also es gibt ja so eine Liste mit x-tausend Bewertungen, was hier drin ist, werdet ihr gleich sehen, wir machen einen kleinen Close-Up, dann seht ihr euch ein bisschen näher, und ja, viel Spaß mit God of War, und bis demnächst, Leute, haut rein, tschüss. Da ist es nun, das begehrte God of War Presse-Kit von Sony Playstation, ich nehme mal an, das ist Atreus und Kratos hier auf dem Bild, das ist einfach so ein Schuba wieder, kennt man auch schon von anderen Presse-Kits, finde ich persönlich mega nice, fühlt sich auch ein bisschen hochwertig an, so Sandpapier ist das, ein kleines, etwas kleines, feines, dann eine wunderschöne Box, man sieht es auch hier wieder, ein bisschen hochwertiger, nicht einfach nur nach 15 Karton, wie man es aus anderen Collectors Edition kennt, hier schön rot eingestanzt, gravierte Zeichen, was die zu bedeuten haben, weiß ich noch nicht, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, werden wir dann aber nächste Woche bestimmt rausfinden, und dann mache ich hier die Box mal auf, dann sieht man hier direkt Kratos, kennt man hoffentlich aus den alten God of War-Teilen, hier der bärtige Kratos, immer noch mit Glatzer aber, und auf der anderen Seite Atreus, sein Sohn, inklusive wunderschöne blauen Augen, also auch hier, das Bild ist richtig nice, schwarz-weiß, dieser blaue Kontrast gefällt mir sehr, sehr gut, dann in der Mitte das Hauptbild, das Logo, das Bild, wo man sehr, sehr oft sieht, auch auf Facebook etc., das Logo hier in der Mitte leuchtet, reflektiert auch mega nice, so glanzrot, dann, wenn man hier aufmacht, kommt so eine kleine Dankensrede vom Creative Director Cory Barlock, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, tut es mir leid, und wie immer auch sehr limitiert, 1698 von 2413 weltweit, auch wenn es hier auf Deutsch steht, die englischen Versionen haben dann vielleicht die Nummer 700 und der Text steht dann auf Englisch, aber insgesamt gibt es nur 2413 Versionen, wer auf die 13 kam, keine Ahnung, aber ja, wie immer sehr, sehr exklusiv. Dann hier so ein kleines Artbook, das extrem hochwertig ist, ich hoffe, man sieht es in der Cam, ich mache mal kurz auf, das ist nicht wirklich Papier, das ist so eine Art, keine Ahnung, Plastik-Banner, ihr kennt ja diese Banner halt aus Festivals, das fühlt sich so ein bisschen danach an, und dann hier die Bilder, qualitativ extrem hochwertig, dann noch auf diesem wunderschönen Papier, Plastik, was es auch immer ist, ich hoffe, man sieht, man sieht die Fasern ganz, ganz leicht, wenn ich, wenn das Licht drauf spiegelt, und auf der nächsten Seite werdet ihr es dann noch besser sehen, hier sieht man es eigentlich ziemlich gut, das ist nicht wirklich Papier, das ist so ein bisschen, ja, Plastikpapier, Gummipapier, keine Ahnung, ziemlich speziell, ich darf leider nicht weiter blättern, denn hier sind einige Presseinfos dabei, und die sollte man nicht liegen, hieß es, dann, wenn man hier aufmacht, oder machen wir nochmal auf, normalerweise ist ja so ein wunderschönes Bändchen zum Aufmachen, da ist es, das ist ein bisschen durcheinander gerüttelt worden, mit Transport, so, so wäre das normalerweise ausgestellt, dann macht man hier einfach so, den hier, zah, zah, und das Game wäre auch drüber, Katastrophe hier, nicht mal vorbereitet, dieser Inkera, so, dann kann man das Game einfach so rausnehmen, das ist das Spiel, God of War, werde ich mir dann am Wochenende reinziehen, habe es noch nicht gespielt, hier die PS4 Disc, wie immer, ich glaube, die unterscheidet sich auch von der normalen Version, ich glaube, die normale Version schaut dann nicht so aus, die PS4 Version, und auch sogar im Schuber drin, also in der Hülle drin, ist ein Logo graviert, also man merkt hier auch wieder viel Liebe fürs Detail, hier das gleiche Plastikpapier von vorhin, und auch da, ein wunderschönes Bild, dann hat man hier so eine Art Sticker, ich glaube, das ist ein Sticker, fühlt sich nämlich hinten so an, als könnte man das wegnehmen, also ein Sticker für, keine Ahnung, einen Kühlschrank oder so, unten wieder das Logo, dann ein Lesezeichen, denke ich, ich bin mir nicht sicher, was das sein soll, ich glaube, aber es ist ein Lesezeichen, vielleicht gehört es auch irgendwie zum Spiel, aber, nö, ich denke, das ist ein Lesezeichen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ja, was kleines Fein ist noch dabei, dann eine Medaille oder eine Münze von God of War, die haben ja immer ziemlich großen Wert, ich habe ja auch eine von Overwatch bei mir rumliegen, die haben immer einen ziemlich großen Sammlerwert, wieso auch immer, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, weil es eine Münze ist, keine Ahnung, so, God of War Münze, hier, und dann hier auch ein kleines Logo, und das war es mit dem Pressekit, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe mich wie immer mega gefreut und ich hoffe, da kommt noch einiges, also haut rein und bis demnächst, tschüss Leute. Vielen Dank.